So, gut gestärkt, machen wir hier mal gleich mal weiter und gucken wir mal, ob ich den richtigen Weg finde. Ich würde sagen, hier lang. Irgendwie. Kommen wir nicht runter? Ja, wir müssen uns ja hier irgendwo ein bisschen links halten. Oder müssen wir, ach, müssen wir mit dem Seil hoch vielleicht und dann kommt es erst weiter. Das kann sein. Oh, guck mal, hier kann man Licht machen. Oh, wo ist die Kamera? Ah, nee, Essen kann man nicht reinlegen, alles klar. Ähm, ja, dann klettern wir mal hoch. Oh, da kommt man gerade wieder durch die Decke schauen. Aber nicht, dass wir jetzt ganz rauskommen. Das wäre komisch. Geht's hier ganz raus? Das kann doch nicht sein. Hallo? Oh, das sieht fast so aus. Hm. Siehst du das Licht? Ich weiß nicht, ob ich es als Licht definieren soll. Ich sehe grau. Reicht es? Oh. Okay, das sieht nach Himmel aus, ja? Ja. Huch! Wow! Also, manche Grafik-Bugs sind echt geil. Da macht's flupp und der Wald ist da. Ja. Ähm, okay, hier wollte ich aber nicht rauskommen. Das ist doof. Wie denn? Hm. Das sind Einwohner. Aber? Pass mal auf, ich klau mir nur kurz ein paar Sticks, dann gehen wir wieder rein. Okay. So, einmal da. Na, ich will nicht die Felsen. Stickies. Stoff ist auch gut. Ah, da kommt einer, da kommt einer. Ja, ich sehe ihn. Ey! Uh! Oh Mann. Stick. Ach da. Stick. Oh Gott, meine ganze Rüstung ist weg. Ich muss grad sagen, was ist los mit dir, Shira? Rauf! Okay, ich glaube, er hat genug. Gut, dann können wir wieder reingehen. Ja. Hm. Hier liegt was zu essen. Ich probier mal's. Oh, war wohl giftig. Hahaha. Ich glaube, ich hab grad einfach ein Stück Fels gegessen. Ach so. Kann das? Ja, ich weiß nicht. Hier an dem... Oder sind das die Pilze? An dem... Pilze? Sag mal, hab ich so eine scheiß Grafikeinstellung, dass ich die Pilze nicht sehe? Warte mal. Ja. Äh, very far, high, high. Okay, Licht hab ich auf ultra low. Aber der Rest ist doch hoch. Gut, ich könnte hier... Ne, simpel ist scheiße. Normal. Hm. Sehr merkwürdig. Hm. Na gut. Ah, die Sonne geht erst jetzt wieder... Ich dachte, die Sonne geht unter. Waren wir über ne Nacht da unten? Nicht schlecht. Ähm. So. Kommst du? Wir gehen wieder runter. Äh, da. Tja, müssen wir mal gucken, wie wir da unten, äh, weiterkommen. Oh, immer diese Performance Bugs hier. Döhm, 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 döhm. Döhm, 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 döhm. Oh, ich bin schon da. So. Da müsste es doch irgendwo hochgehen. Mal von hier sind wir gekommen, richtig? Genau, eigentlich müssten wir laut Karte Geradeaus Ja, eigentlich hier komplett durch quasi Dann habe ich mich irgendwie verguckt Vielleicht habe ich den Weg nicht gesehen Irgendwo hier muss es weitergehen Was war das denn? Aber hier geht es nirgends weiter Ja, an dem Punkt müssten wir sogar rechts Nach rechts irgendwie Ach, diese Höhlen Hier geht es auch nicht Mal gucken, wo bin ich hier? Jetzt bin ich wieder Müssen wir nach links? Also entweder wurde die Höhle verändert Oder wir sind einfach zu blöd Ich glaube, hier geht es einfach nicht weiter Ja, aber laut Karte muss es hier weitergehen Toll Ganz den Weg umsonst gelatscht, oder wie? Ich bin Spider-Man Das kriege ich hin Tu es nicht Tu es nicht Na gut Erklettern können wir hier auch nirgends Oder? Nee, gar nichts Was passiert mir nicht, dass ich das hier mache? Echt jetzt? Steckt jetzt in der Decke drin? Äh, okay Ja gut Dann hätten wir die Option, dass wir den anderen Weg nehmen Den ich auf der Karte hier habe Wenn der funktioniert Das heißt, ein bisschen zurück und dann links Quasi Okay Vielleicht klappt das ja Ansonsten müssen wir uns irgendwie oberirdisch durchschlagen Oh ja Gucken wir mal Ja genau Hier und dann irgendwo da vorne links Irgendwo muss es hier links weitergehen Ja, hier Aha Oh Oh ja Pam So So Ja Und Hier müssten wir jetzt irgendwie gerade aus Und dann runter quasi Oh Warum sieht das immer so eklig aus? Kann man zerstören Aber was es bringt, keine Ahnung Hm Oh Oh, was zu trinken Gut, dann trinke ich gleich mal was Sehr nice Hier bestimmt auch nochmal Ja Und Koffer Cash und Cloth Mein Gott Auf der Insel bin ich schon richtig reich geworden Und es bringt mir halt nix Ich verbrenne Äh, Geld So Muss immer Hm Ja, eigentlich immer weiter Na Oh Oh, dein Popo Blutet Oh Ja Das Ähm Ich hab meine Hämorrhoidencreme Daheim vergessen Oh Ja Tut mir leid So Und jetzt vorne Dann rechts Wenn wir da irgendwann mal ankommen Oh, ist das noch eine? So Ja, an die Stelle erinnere ich mich auch noch Jetzt geht's hier weiter So, und das müsste jetzt eigentlich Unbekanntes Terror sein Okay Dann Ähm Ja Warum? Ich dachte, ich hätte Das ist Ich bin einfach zu schnell Er wechselt zu langsam Und ich gucke nicht, was er macht Und Ja Was rede ich mich denn überhaupt noch raus? Ja Ja Ist Hartlich Oh Mann Ähm Und aktualisiert ihr die Karte? Karte, Karte, Karte Ne Tut er nicht Ah Weil es hier raus geht Echt jetzt Wo kommen wir denn da? Ja Genau Erkunden wir uns mal ein bisschen draußen Huh Okay Oh, stürmisch Äh, nein Ich brauche schon wieder was zu essen Das gibt's nicht Ich möchte jetzt ungern meinen Schokoriegel opfern Hm Oh, ich habe Menschen gefunden Alter War das schon immer so brutal? Was? Ja, hier Jo Warte Ich meine, das kennen wir ja mit dem Gekreuzigten Aber das hier Das hier die Das hier die Das quasi der untere Teil Einfach fehlt Fehlt? Fehlt doch nichts Hä? Dann sag mir mal bitte Wo dem seine Beine sind Nach hinten Oh Also der, der, der kniet Und Ach, okay Alles klar Okay Okay So aufgespießt Hm Aber die Zunge jetzt Verdammt Hm Ach, hier ist so schön und friedlich Ich könnte mal beinahe eigentlich Äh Oh Was? Auf der Karte werden die Hülleneingänge markiert Oh, schön Das ist auch neu Hm Beziehungsweise Nicht alle Also Manche Hülleneingänge Sind noch so standard markiert Mit diesem kleinen Minifall Den man nie sieht Und Der Eingang hier Wurde richtig markiert Also eingekreist Oh, hier könnte man echt Ein kleines Lager bauen In Form von einem Baumhaus Wo man dann halt nachts schlafen könnte Hm Theoretisch Sollen wir das tun Haben wir eine Plattform hier oben hinklatschen Können wir gerne machen Guck mal, der Baum ist doch hier schön Oder Oder Was haben wir noch vor Bäume Ja doch, der Baum ist gut Komm Einmal eben hier Ähm Ich scroll bestimmt Ja, ich scroll in die richtige Richtung Aber nicht das hier Hast du mal ein normales Treehouse Oder ein Alpin Treehouse Oder einfach nur eine Tree Plattform Hm Also ein Alpin Treehouse Sieht für mich Schöner aus Moment Finde ich Ich muss erstmal gucken Ja, dann mach das Okay So, wie es aussieht Ist dieser Baum Nicht geeignet Ist der zu klein? Echt jetzt? Ah Den mag er mehr Was passiert, wenn ich jetzt E drücke? Da steht Plus dran Oh Hey, wie gescheiße Das ist Hö Hö Ich bin verwirrt Alter, Shira Du bist hier ein richtiger Zimmermeister Ja Tam, 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 tam So, jetzt machen wir nur noch Holz Ja Ist ja aber wirklich schön Ja, gell Ich find's hier auch schön Okay Auf geht's Oh, ist ja nicht viel, oder? 29 waren's, glaub ich Baumfeld Hoffentlich nicht auf mich Äh, nein, nein Der ist Strategisch In die richtige Richtung Gut So, jetzt würde ich aufpassen, Shira Warte, warte Nein, 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 nein Nicht da Oh Da läuft's einfach rein Ich So schnell weiß ich doch nicht, wo du den Baum fällst Ich war einfach hinter dir Naja Ich merk's mir, falls wir mal zusammen campen gehen und ich einen Baum fällen muss Aus logistischen Gründen Mhm Um uns warm zu halten Willst du gleich einen ganzen Baum fällen? Ja, natürlich Weiß ja nicht Kannst du das überhaupt? Ich hab einen Legitimen und Staatlich geprüften Ähm Kettensägenschein Was? Ja, ich darf Gibt's sowas? Natürlich Das sind nicht einfach eine Kettensäge Also Gesetzlich darfst du dir nicht einfach eine Kettensäge kaufen und Bäume füllen Wenn Unfalltechnisch was passiert, dann Zahlt dir keine Versicherung was Weil du ja keinen Äh Ich Ich nenn's jetzt wirklich mal Führerschein hast Für das Ding Hm Sind jetzt die Baumstämme Die hab ich schon längst eingearbeitet Hm You're too slow Come on Die Hälfte haben wir glaube ich schon Einfach nur fies Wieso bin Immer bist du fies zu mir Wieso bin ich fies zu dir, wenn ich dir helfe beim Transportieren? Das verstehe ich nicht Du hilfst mir, nicht du klaust Es ist unser Baumhaus Das sagst du jetzt Was? Nix Alles gut Ich hab nichts gesagt Oh Oh der hat aber viele Das hab ich jetzt gesehen Okay dann Dann machen wir's einfach so Ich bleib jetzt hier stehen und guck wie du hier arbeitest Auf geht's Los Ich will nur meine Baumstämme aufsammeln Na los Hopp Das hab ich schon schnell gesehen Da rein Jetzt hab ich's aus dem Da rein Ja ja Jetzt den Baum schon rein Du hast übrigens auch einen sehr blutigen Hintern Entschuldigung Ja ja Wir sollten nicht Hey wir machen unsere ganzen Unseren ganzen Waldmaman kaputt Wir dürfen nicht so viele Bäume hier in der Nähe fällen Ich fäll mal Den hier Der ist weiter weg Du hast angefangen Immer bin ich schuld Wer denn sonst? Kann's ja nicht sein Ah So Ich glaub die müssten reichen Oder? Ja Noch einen So Das schmeißen wir mal irgendwo hin Keine Ahnung Schmeißen wir mal hier hin So Was auch immer So Jetzt will ich mal Ja man kann auf jeden Fall hier schlafen Oder? Was ist das R jetzt? Hä? Ach man kann die Farbe ändern Ich hab jetzt hier mal ein grünes Symbol drauf gemacht Dass wir da unterscheiden können Mhm Aber Ah doch hier hinten im Eck kann man schlafen und speichern Ja Sehr schön Ah du hast Okay Das hab ich Nix Alles gut Nix Du hast nichts gemacht Alles gut Nicht schlagen So schön Jetzt haben wir hier eine kleine Zwischenbasis Finde ich sehr sehr gut Ja Wo? In welche Richtung soll man gehen? Was meinst? Hm Wo sind wir denn? Wir sind ja hier unten jetzt Ich würde sagen wir laufen einfach mal weiter geradeaus oder? Einfach mal hier lang Okay Was war das? Äh irgendeine Pflanze die ich nicht identifizieren konnte Hier ist noch so eine? Hier ist noch so eine Äh das sind Ah die Mariengold sind die Äh sind das Sehr schön Hat es einige hier Wo bist du da? Oh Alkohol 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 Und Münzen Oh ein Kochtopf Oh sehr schön Dann könnte ich nämlich hier Warte mal Wegen Wasser und so ne Da kann man doch auch so ein Ähm Ding bauen mit Kochtopf dran Statt mit Schildkrötenpanzer Hm Ich guck mal ob ich das kurz bauen kann Dann haben wir hier eins Äh Zap-Kollektor Genau Äh Was? Was? Der schwebt Er schwebt? Ja Ich glaub der ist dafür gedacht Ihn irgendwo dran zu machen Und Ich krieg den jetzt nirgends hin Weil ich nicht weiß Den kann man an Bäumen machen Ich krieg den hier nicht ran Oh An dem Baum kann ich es ran machen Ah Okay Jetzt geht es wieder nicht Hallo Hat ihm ging es noch Hallo So Alles klar Cool Sieht Ja okay Es sieht Es sieht gut aus Geht schon So Okay Wasserversorgung ist quasi jetzt auch stabil Lurch Ja Arme Lurch Ja es tut mir auch wirklich leid für den Lurch Wo bist du? Wer? Entschuldigung Entschuldigung Ich konnte nicht widerstehen Ich konnte nicht widerstehen mit dem Lurch Spielen So einmal das Weißt du, gleich renne ich weg. Warum denn? Nein, hast du es geschafft. Nein. Hä, ist der Alkohol? Ich meine doch gar nichts. Ich tue absolut nichts. Oh doch. Du weißt es ganz genau. Du willst es doch. Klar. Na also, alles gut. Oh, blaue Bären, jawoll. Sind sie schwarz. So. So unfair, immer kriegst du alles. Das Spiel ist halt, naja, es weiß halt, wer was verdient und wer es nicht verdient. Guck mal, hier die Bären, sind die erst bei dir? Nö, auch schwarz. Die sind bei mir auch schwarz. Siehst du, guck, kaum fläm ich dich, sind sie schwarz. Mhm. Siehst du, das Spiel weiß schon, wie es funktioniert. Alter, wie viele Pflanzen hat es hier? Ich glaube, hier ist die Schlucht, kann das sein? Das kann sein. Ah. Nein, doch nicht. Hier ist das Schiff. Da waren wir ja hier auch schon, so ein Scheiß. Hm. Dann gehen wir rechts. Ja. Oder links. Links in den Wald oder rechts in den Wald? Rechts, okay. Zumindest weiß ich, wo ich jetzt hier Koffernachschub kriege. Das ist schon verdammt lang her, dass wir hier waren. Ich höre sie. Oh, wieder was zu essen. Willst du mich verarschen? Wieder schwarz. Ja. Und die hier? Oh Gott. Da sind vier Stück. Welche? Die ich gerade esse. Vier Stück. Ah, da vorne. Okay. Also es ist schwarz. Sollen wir sie ärgern? Hier, ihr habt es auch noch welche? Die sind bei mir jetzt auch schwarz. Oh, die sind blau. Na, na, also. Sehr gut. Wie willst du sie ärgern? Äh, abschlachten? Das? Können sie auch verbrennen. Ja. Oh, ein Schokoriegel. Noch ein Schokoriegel. Sehr schön. Kannst du natürlich auch den Tennisballen nehmen und hinterher schmeißen. Es wird nur langsam dunkel. Jetzt ist die Frage, ob wir zurückgehen und schlafen. Und dann am nächsten Tag weitermachen. Oder ob wir jetzt hier im Dunkeln. Getreue dem Motto, im Dunkeln ist gut munkeln, weitermachen. Ich sehe nichts. Okay. Die Chefin hat gesprochen. Ach so, der Chef. Entschuldigung. Also, wirklich. Wenn dann richtig. Okay, da vorne leuchtet es. Ich sehe überhaupt nichts. Du siehst nicht, dass da ein Eingeborener mit einer Taschenlampe läuft? Nö. Wow. Okay. Sehe bloß deinen Namen. Daran kann ich mich orientieren. Dann folgt meinem Namen. Sag mal, sind wir so weit weggelaufen? Das kann ja nicht sein. Müsst du auch eigentlich gleich... Ah ja, hier ist der Tümpel. Ja, das ist das Baumhäuschen. Ich mache mal kurz eine Taschenlampe an. Äh, Feuerzeug. Sehr gut. So. Wie war's? Alle hepp. Dann aus Sicherheitsgründen, weil manchmal das Spiel ja abstürzt, wenn wir hier schlafen. Speichere ich mal. Und ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns am nächsten Tag wieder. So. Ja. Also sehen wir uns am Tümpel. Äh, Feuerzeug. Wie war's? Ich würde sagen. Ja.